Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich denke, als du malst vorne Stimmen Der Gratzug Die Toten Schienen das gleiche Hemdchen angekommen Und einen Rosenkranz gebettet Ich glaube, dass die Geschichten vor allem Dabenunterhaltung waren Ja, die waren ein bisschen schlimmer Da ist das schon aufgekommen Mit zettigen Augen Und wie Suppoteller Und Zungevierkern Da haben sie ein bisschen Angst gemacht Die Awinna ist Oder die Trifperson Die war eine arme Seele Und zwar vom Gratzug Eine arme Seele Einen Menschen küsst Oder geperiert Und dann stand er da In der Ecke Mit diesen Rosen Schienen grauen Hosen Bleiben in den Händen Und ganz fremdlich lachen Das Lachen könnte man nicht nachvollziehen Das Lachen Es ist wirklich so Das typische Ghost Whisperer-Gefühl Wenn die dann ins Licht gehen Das ist mir so Jedes Mal heulen Weil das ist das Gefühl von absolutem Frieden Die gehen daheim Die kommen an auch Die Die